wo wettbewerb wenn die schlissale Verzögerung spiel einfach mit Clayton muss dir vollständig vertrauen wenn sie irgendwas im Schilde führen das wir unterbinden müssen erfahren Sie nur so davon na los boah so nein wir müssen hier noch essen kommst du wir haben nicht viel untergefallen ja ich werde gerne ja sieht man schon komm 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 ach das waren noch Zeiten wo wir diese scheiße anzünden mussten dann müssen wir das noch ach so super bad na komm jetzt brenn nieder du hier ist alles safe wird sie stress haben oder so drückst feuer und korrigson abmann kommst du ja ich komm mal die mentals vollmann was legt denn da ein granaten wird anfangen ach so ähm was ist das für einer zenturio auf jeden fall bekämpfen da sich zwei rassen auf gut deutsch egal ich mich damit ja auf gut deutsch ähm ach ich weiß ich weiß nicht so ein Spritzantanien oh scheiße ja haha scheiße ja haha ja haha ja haha scheiße ja 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 ich ja 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 ein paar partikel liegen hier oben ist die besser oh die ist nett hat man ist besser als meine jetzige willst du die haben ja du kommst dort andere von mir nachher braucht zwei schuss pro muni ja genauso wie die damals lieber doch die die verbraucht auch zwei schuss die ich jetzt habe also die und sonst kommen welche in dem wort dann gespritzt die fiecher wurden sich ein sich verarschen oder so ich spritze ich jetzt auch mal weiter alter woher kommt das fiech lol das ging aber schon jetzt schon gar nicht aber ich stehe trotzdem weiter mein pistol ähm ich glaube vielleicht ist es nicht mehr so sinnvoll ne feuerwaffe zu haben ne ich glaube ich nehme mal korrosion da ist er auch schnucki hi und schütt jetzt geh ich sterben ich habe jetzt zwei grad an miteinander leider erst mal auf die kleinen mann machen viel mehr denn menschen sie gar nicht was ich auch was ich war ich war einfach nur noch die schwarzen nur so eine kleine miedelwaffe ja jetzt haben wir und ich schon ich glaube es gibt auch ebenso Sachen dass dieser ist Gott oder wie der Typ hier auch immer hieß der lässt man verrichtet alle Sachen fallen also ist nur für den tipp hier für die zuschauen ich meine wer so abwarten kann man hier im modus oder auf feuer also richtig geile sachen also ich weiß es nicht gehört ja ich habe gleich die hälfte wieder und falls ihr irgendwie vielleicht wollte ich ein video zu diesem deal ziel mache könnt ihr ja einfach mal mir bescheid geben weil ich dann welche zeit habe ja ich hab jetzt ja auch wieder keine ahnung wie lange ich gezockt die muss ich auch mal wieder zocken ich glaube jetzt kommt das mit diesem geier hinzünden oder jetzt kommt das geier hinzünden und danach müsste dieser feuerstocktyp sein ja hoch dringend ja und jetzt wo wir dem aus der Tonette sagt er will dann wird es aufgenommen das ist das war nicht doch es ist nein tut er für die Sitzung über die Sitzung über die Sitzung über 80 ich bin aber in Wacken Prozent 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 ist das Prozent Prozent bekommen die wir das so ganz machen das gute alte zu trinken jetzt kommt die schicht ist guter als schon wieder granate werfen damit die jünger hin gezogen werden also du warst unter mir kennt mich gerade zu verbauen konnte ich auch immer so hoch stammt auch schon gibt stopp man dann musst du ich wollte hier einmal wir sind hier sogar richtig oder so ein schwein erweist ich bin bosley die gefälte zum wasser das wäre es noch gewesen ich dachte schon ja ich hätte umgebracht man ach wie lange war ich da nicht mehr ok weiter geht auch was sind die gegner hier plötzlich ich will mal gucken wie viel der mensch dieses coole wasser macht also macht schon der märkte Prozent und sind diese ja aber wenn man die nicht angreifen wenn man nicht angreifen bleibt nicht an sagen wir haben wir dann bis zu diesem schiff vor weil hier bringt ja nichts an die kleinen gegnern aus müssen wir jetzt nicht noch mal boom boom fertig machen doch noch mal ich mach sie gerne fertig du wirst das jetzt nicht ich gebärte na knall hier erstmal auf muh man der ist voll leicht der ist tot tot aber die voll die geilen mods äh kleine mods die machen kein damage die gebärte hallo stecke fest ich habe auch mal alter schluck mal schlucken paar korrosions schon boister du hast dicke nichts mei da sei ja ach da ist er schon ja also jetzt nicht mehr ich hab gehört die sache machen so viel damage boah ja man die machen so viel damage ich kann sich gar nicht vorstellen boah schockt gar nicht so übertriebenes mann ich hab hier nämlich ne piste ach das ist so eine okay verbringen wir auch noch mal alles erhöhte chance momentar gebraucht da kam okay ich habe ein bisschen mit schock die sehr effektiv mit schock muss ich sagen genau wir müssen wir müssen doch da oben feuerhals reinhängen oder genau an dieser stelle war da wo ich dieses fliegende enden oder dieses diese ergie ich meine weise hier war das was das ist ja auch ja ja ich bin jetzt nicht schön auf den schnauze mann auch hier sind aber auch so leicht zu killen die pistole wenn die trip macht nicht schön der mensch wir machen 13 v5 man das ist so übertrieben erläutern mit nachkampfschaden mache ich dennoch mache nachkampfschaden auch nicht trotzdem machen die menschen ja ich erwarte erst mal das ist wieder auf ja kommt Herr Jovo der Tübe ist dafür aber noch nicht unterschätzen ne darfst du auch nicht die machen schon sehr leicht man merkt aber nicht so viel ich glaub ich bin mit ins Feuer gejumpt vielleicht vielleicht doch nicht ja ich hab's aber eigentlich ja der Zwerg hat mich nicht gerettet ok ja wir müssen in den Hals ähm das Kindchen da oder was da auch immer ist müssen wir da rein schieben ich nenne ihn einfach nur Schuppe oder so Schuppe klingt sehr viel sympathischer warte mal ey warte mal warte mal Sniper und Sniper sind beide scheiße geht die Korrosion ist nicht mehr so viel leicht die Korrosion mal mit ihm habe ich noch eine zweite